Swirl TV. Stream what you really like. Die Neuadaption sieht toll aus, aber musste sie so fürchterlich ernst und düster ausfallen? Ein bisschen mehr Humor hätte Legend of Tarzan nicht geschadet. Fuß! Scheißkörner! Fuß! Du Scheißkörner! Halt deine blöde Schatz! Nein, das hier hat nichts mit Würstchen zu tun. Wiener Dog heißt der Dackel in den USA und so nennt sich auch die wundervolle Indie-Komödie, in der ein Hund durch die Leben sehr schräger, aber auch liebenswerter Charaktere tippelt. Was der kleine Vierbeiner von all dem hält, wird sein Geheimnis bleiben. Wir finden toller Film. Ah, Mom! Oh ja, ist das nicht wundervoll? Ah, es ist so groß wie die ganze Wand. Wem es schon früher piepegal war, ob sich Rory am Ende für Team Jazz oder Team Logan entscheidet, der wird auch mit der Fortsetzung von Gilmore Girls wenig Spaß haben. Alle anderen erwartet eine freudige Rückkehr nach Stars Hollow. Netflix begleitet Rory und Lorelei in vier neuen Folgen durch ein neues Jahr. Nostalgie pur. Was zur Hölle ist das? Wir werden geentert. Schiff, evakuieren! Grandioses Sci-Fi-Spektakel oder intergalaktischer Blödsinn. Hardcore-Tracker könnten ihre Probleme mit Star Trek Beyond haben. So wenig Geschichte, so viel Geballer. Aber mit einer aufregenden Forschungsmission in die entlegenen Ecken der Galaxie kehrt die Reihe doch wieder zu ihren Ursprüngen zurück. In jedem Fall ein mitreißendes Effektfeuerwerk. SWIRL TV, ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die findet. Alle Filme und Serien auf Video on Demand. SWIRL TV, ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die neutrombus stirbt.